Hallo zusammen, ich bin Andriana und ich absolviere meine Lehre als Fachfrau-Kundendialog bei der CSS-Versicherung. Ich bin im zweiten Lehrjahr und heute gebe ich dir gerne einen Einblick in meine Ausbildung. Wenn es um Gesundheit geht, vertrauen uns rund 1,7 Millionen Menschen. Die CSS wurde 1899 gegründet und mittlerweile gehören wir zu den grössten Krankenversicherungen. Unser Hauptsitz ist in Luzern, wir haben aber auch über 100 Agenturen in der ganzen Schweiz und beschäftigen über 2'700 Mitarbeitende. Rund 130 davon sind Lernende und Praktikante. Als Fachfrau-Kundendialog bin ich der Kommunikationsprofi. Ich kommuniziere mit den Kunden telefonisch, schriftlich und auch ganz persönlich und das in mehreren Sprachen. Während meiner Lehre bei der CSS besuche ich verschiedene Abteilungen. Im dritten Lehrjahr gehe ich zum Beispiel auf eine unserer Agenturen und habe persönlichen Kundenkontakt. Das Beste an meinem Beruf ist, dass wenn ich das Anliegen vom Kunden lösen kann und er dann zufrieden ist. In der CSS hat man Berufs- und Praxisbildner. Neben den Schulungen, die ich besuche, helfen sie mir, das Fachwissen aufzubauen. Jetzt hast du einen Einblick in meine Lehre bekommen. Wenn es dir gefallen hat, dann bewirb dich doch bei uns. Ich bin mir sicher, du wirst dich da auch wohl fühlen. Mehr Informationen findest du auf unserer Webseite. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.